Hund und Beruf lassen sich vereinbaren. Dieser Ansicht ist jedenfalls der Deutsche Tierschutzbund. Bereits zum 10. Mal ruft er daher am 29. Juni zum Aktionstag Kollege Hund auf. Viele Tiere könnten aus den Tierheimen vermittelt werden, wenn Herrchen und Frauchen die Möglichkeit hätten, den Vierbeiner auch mit zur Arbeit zu nehmen. Davon könnten auch die Firmen profitieren. Schließlich heben Hunde am Arbeitsplatz die Stimmung im Team und fördern die Kommunikation unter den Kollegen, so der Tierschutzbund. Auch in Oldenburg gibt es viele Tierhalter, die ihre Fellfreunde im Büro mit dabei haben. Beim Bauunternehmen Kuhl gehört Hündin Kira schon lange zum Arbeitsalltag. Derzeit ist sogar ein zweiter Hund namens Snoopy in der Urlaubspflege. Juniorchef Florian Kuhl sieht die beiden nicht als Belastung, sondern als sehr angenehme Büropartner.